Ja Leute, endlich willkommen zurück zu Rise of Burg. Ja, es geht endlich weiter. Ich habe echt nicht viel gemacht. Das Spiel kam jetzt seit ich glaube drei Wochen nicht mehr oder fast jetzt schon im Monat. Also schon ins Sehen, ich weiß. Es wird auch wahrscheinlich, wenn Lydia so weitermacht bei The Game, so sein, dass es halt in größeren Pausen kommt. Und da ist immer das Problem ein bisschen, wenn es in größeren Pausen kommt, bin ich halt fast jede Folge wieder am Anfang so gefühlt, weil ich immer wieder lost bin. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, wollte und was weiß ich. Es ist echt krank. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die ganze Zeit Ressourcen gesammelt, gefarmt und, äh, ja, äh, Ding hier. Für den Green Death gefarmt. So, das hier wollte ich natürlich die ganze Zeit nicht machen. Das mache ich jetzt erst, wenn ihr dabei seid, so ungefähr. Und zwar die Sachen upgraden. Zack. Neues Lager. Perfekt. Also Rise of Black ist echt ein riesiges Spiel, das, was man da alles kriegen kann. Und ach, ich muss, es, wirklich, mein nächstes Ziel ist eigentlich, dass ich jetzt mal die Drachen ein bisschen sortiere. Dass ich wirklich die Farm-Kreaturen alle auf dieser Hauptinsel habe. So habe ich es mir vorgestellt, mit denen ich wirklich hauptsächlich farme, weil es einfach einfacher ist, wenn ich hier so überall hin und her gehe, wie ihr merkt. Äh, das könnten wir vielleicht sogar nächste Folge machen. Mal gucken. Ähm, danke auch für alle irgendwie Tipps und was weiß ich. Also ich habe auch gelesen, ich soll ruhig mal im Odins-Markt für die, äh, Marken Drachen kaufen. Also immer nur das Gold-Paket ist jetzt auch nicht immer gut. Es ist halt im Schnitt günstiger, als wenn ich mir jetzt so einen einzelnen Drachen kaufe. Obwohl der jetzt hier natürlich auch nicht schlecht ist. Man muss halt nur mal drauf achten, so ein Drache ist halt teilweise auch, äh, zum Leveln dann recht teuer. Also die Stats da, die hat er dann auch manchmal erst echt spät, da muss man immer ein bisschen drauf achten. Aber wenn ich mich nicht irre, sollten wir die Sachen für den Green Death eigentlich haben. Ich habe heute nämlich die letzten zwei Äxte gesehen. Ja, perfekt. Ja, okay, letzte Axt sogar. Die eine Axt war über Green Death Boys und Girls. Wir haben den Green Death. Sehr nice. Den will ich jetzt mir auch dann gleich angucken. Bin ich schon gespannt. Also ich denke mal, so in Länge der Drache ist einfach nur zum Angucken da. Aber der Green Death ist schon der coolste. Also, beziehungsweise der Red Death, finde ich, ist ein ziemlich cooler Drache. Ach ja, wir müssen suchen. Ja gut, jetzt habe ich natürlich, äh, ah ne, ich kann, ich kann ohne Zahn hier. Tufler ist losschicken, stimmt ja, weil ich habe ja das Zeug vorangesammelt. Ah, je, je, je. So, lost, lost, lost. Das ist echt insane. Ach, du bist auch zurück. Was hast du gebracht? Runen. Sehr schön. Ich bin so schlecht bei dem Zeug, das habe ich die ganze Zeit vergessen. Oh mein Gott. Äh, das Viech wollen wir mal suchen. Ja, komm. Wir haben so viele Runen gerade. Ne, ja, gehen wir mit allem rein. So, Paket öffnen. Also, ja. Also, es ist bei mir gefällt jetzt jede Folge wirklich ein Neustart bei dem Spiel. Aber ich finde es weit ein echt ein schönes Spiel für zwischendurch. Es ist halt, ja, also ich finde Rise of Burg, im Gegensatz zu The Game, muss man schon echt häufig gerade zu Beginn spielen. Also, du musst es echt oft offen haben und viel machen. Es ist ja eigentlich an sich eine schöne Sache. Ja, man kann die so anklicken, ne. Aber zum anderen auch, boah, es ist schon wieder fast zu viel für meinen Geschmack. Also, deswegen habe ich ja zum Beispiel Alive irgendwann nicht mehr weitergemacht. Jurassic World Alive. Weil es mir dann irgendwann too much war. Ach, hier habe ich auch was gebaut. Akademie Level 6. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Wo ist die, wo ist die Akademie? Taifu Marang. Ich wusste gar nicht, dass wir den haben. Ich weiß so vieles nicht. Hier unten ist die, wartet mal ganz kurz. Das Zeichen war doch irgendwie hier oben. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, da war irgendwas komisches los. Ja, wir können auch mal ein bisschen mehr rauszoomen. Es ist halt immer nur, wenn ich so spiele, ich weiß nicht, dann sieht man nichts. Es beginnt zu rugeln. Ich finde, das ist irgendwann so nah. Das hat man sich jetzt einfach, das bin ich so gewohnt, ne. Ich muss die Mission auch mal kurz abchecken, bevor wir den Queen Death uns anschauen. Also, mit ihm diese zwei Sachen gucken. Okay. Zum Fischen, Drachen. Zum Fischen holen. Ach Gott, das habe ich gar nicht gemacht. Echt jetzt? Ich habe nur Holz gesammelt. Und, oh mein Gott. Echt jetzt? Okay, ich bin jetzt ziemlich lost. Äh, mit einem Holzklau habe ich nicht gemacht. Die Reisen habe ich nicht gemacht. Aber wir können den Queen Death uns holen. Und dann kriegen wir... Was ist denn das? Von dem so eine Schuppe. Naja. Würde ich was sagen. Holzklau sucht Holz. Und die ganze Zeit jetzt machen. Gut. Die Events habe ich komplett ausgelassen aktuell. Okay. Da gibt es Runen. Da gibt es ein Paket. Dann kann man einfach suchen. Mit Tagschatten. Wo denn? Braucht ihr ein gewissen... Ich brauche anscheinend ein gewissen Level. Also das ist echt insane, was du in diesem Spiel alles bekommen kannst. Also, holy fuck. Das ist Wahnsinn. Die Pflichten. Da gibt es auch Zeug zum sammeln. Da gibt es jetzt eine neue Ressource. Ich weiß, ihr wollt alle in Green Death sehen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Ich bin nur so ein Mensch. Ich will erstmal, bevor ich irgendwas falsch mache, gucken, ob ich irgendeine Mission damit gleich abschließen kann. Sprich, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so ungefähr. Aber, so wie es scheint, gibt es da nicht wirklich was zu tun. Genau. Zum anderen, dieser Verteidigerdrache. Ja, das ist sehr, was das mal los ist. So, Jungs. Green Death. Bam, bam. Oh, es kommt so eine Cutscene. Das ist ja cool. Sieht halt sehr wild aus. Der hat sich jetzt da auch eingenistet in den Vulkan, seitdem der Red Death gegangen ist, oder wie? Okay. So. Der grüne Tod gehört uns. Odin steht uns bei. Ja, ja. Das ist die Tat eigentlich vom Vater. Oh, da ist er jetzt. Hä? Ah, die sagen sogar, das ist bezüglich roter Tod. Das ist ja cool. Also. Was ist der Red Death, das eigentlich ist? Das ist natürlich dann schon nett. Kann man da jetzt irgendwas machen? Auf die Suche. Was kann man mit dem denn machen? Hä? Das ist witzig. Wartet mal. Der hat die Spinosaurus-Sounds. Der hat einfach dieses Spino-Baryonic-Sounds aus Jurassic World The Game. Oh mein Gott. Lydia reused. Naja. Was kann ich denn jetzt mit dem machen? Ich guck mal, was hat der für Infos. Schalte brutale Drachen. Frei aktivieren. Verstärkung, Trainingskosten zu senken. Erhalte seltene Sammelgegenstände. Da steht irgendwas da. Minus 20% ein Tag. Video kann ich mir immer wieder anscheinend angucken. Was ist Auftrieb? Senke die Trainingskosten der Akademie. Das muss ich mir immer wieder kaufen, oder was? Also, wenn ich weiß, dass ich an einem Tag viel trainiere, muss ich das einfach einmal kaufen. Für 200 Ruhen. Das ist halt schon wieder so ein typischer Lydia, ne? So, was macht der jetzt? Was kann der für mich suchen? Was kann der überhaupt für mich suchen? Ich weiß nicht mal, was der für mich suchen kann. Stehst du irgendwie da? Einfach nur Sammelgegenstände und Bernstein. Okay. Naja, ich lasse ihn jetzt mal suchen. Ist halt wieder so... Ich meine, das ist jetzt hier schon viel, viel älter. Aber das ist so ein bisschen wie mit den... Wie heißen sie? Mit den Boss-Kreaturen jetzt in the game. Du machst viel, um sie zu bekommen. Klar, in the game ist es schon ein bisschen krasser, was du da tun musst. Und dann ist die Belohnung auch noch, du musst zahlen, damit du was haben kannst. In dem Fall nochmal Ruhen zahlen. Ja, aber... Naja. So, also irgendwelche seltenen Gegenstände kann man mit dem sammeln. Und das ist wichtig. Und er chillt da oben im Vulkan. Ganz nett. So, gehen wir mal wieder ein bisschen mehr auf Burke. So, wir können dann auch gleich einen Kampf machen. Ich fände es auch toll, wegen der ganzen Tipps, dass da vor allem jemand sich eingeschalten hat, den ihr irgendwie die ganze Zeit mir empfohlen habt, dass da auch eben das Spiel auf YouTube bringt. Und das finde ich ganz nett, dass da eben die Person auch Tipps und so raushaut. Ich habe mir das auch letztens mal durchgelesen. Zum Beispiel, dass man Stumpfeil und Fleischkops oder so, wie du es zumindest machen, erstmal holen sollte. Dann in der Akademie auf jeden Fall einen zweiten Slot, weil das halt einfach Sinn macht. Kann ich absolut verstehen. Dann Hakenzahn, dann dritten Slot und dann Kotzenwirk. Also diese Slots, dass man die halt auf jeden Fall erstmal kriegt. Und, naja, ich würde fast sagen, wir holen uns auf jeden Fall auch jetzt mal Hakenzahn. Oder, warte mal, Hakenzahn haben wir ja. Stumpfeil ist das hier. Und Fleischkops halt, die haben wir schon. Dann, ich würde nämlich fast dann nach dem Ding gehen, dass wir jetzt erweitern. Also wir haben schon, warte mal, wir haben schon drei Slots. Wann habe ich den dritten Slot? Habe ich den bekommen? Ne, da steht zwei von sechs. Hakenzahn, dann machen wir das jetzt auch. So, wo wohnt der Dude da? Hakenzahn, den holen wir uns jetzt auch mal. Ja, Hakenzahn, come to me. Da ist der Kollege. Den ist jetzt nicht genügend Platz. Ich weiß nicht, wie gut der ist. Ich schätze mal, wird schon okay sein. Den Fleischkops-Nachwuchs hauen wir mal in den Hangar. Den brauchen wir jetzt nicht. Hakenzahn würde ich stattdessen mal platzieren. Ich habe auch die Mission nicht vergessen, Leute. Ich weiß, ich muss eigentlich Fisch sammeln. So, wenn wir dann hier einfach mal Hakenzahn platzieren, der gesellt sich zum anderen Kollegen. Ja, komm, werten wir sein Haus auf. Reisen kann da noch nicht, weil er braucht da Level sechs. Okay. Ach, so war das ja eigentlich mit den Viechern. Du musst sie ja immer platzieren und dann sind sie eigentlich beim Haus. Ja, ist eh komisch, dass der nicht hier unten ist. Egal. Leveln wir ganz kurz auf. Nice. Jetzt haben wir ihn auch als Reiter. Sehr schön. So, Level sechs brauchen wir dann, damit er reisen kann. Das machen wir jetzt einfach schnell. Und dann will sich ein dritter Slot lohnen. Und was ist die Frage, sollen wir uns denn jetzt holen oder nicht? Ich kriege ja bis dahin die Runen wieder, ist die große Frage. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt und sparen einfach jetzt weiter. Jetzt haben wir drei Slots. Jetzt können wir sehr gut auch mal die Drachen im Hintergrund, kann auch jetzt mal im Hintergrund drei Drachen trainieren lassen. So, wir müssen Fisch sammeln lassen. Das machen wir jetzt auch. Die Viecher sammeln lange Fisch. Sehr gut. Stunde 55. Sammelt da irgendjemand Fisch länger? Der sammelt zwei Stunden Fisch. Dann würde ich fast sagen, rufen wir die nochmal zurück. Es geht ja gerade nur um die Dauer, wie lange ich Fisch sammeln lasse. Nee, es geht um die Menge. Uff, ich bin ein Idiot. Der sammelt noch mehr. 50,8. Ja, der sammelt viel weniger. Dann müssen wir doch drei Millionen loslassen. So, perfekt trotzdem. Einwandfrei. Wenn ich gerade schon so viel Holz habe. Erstens, die müssen wir die ganze Zeit sammeln lassen. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wenn wir gerade schon so viel Holz haben. Ich weiß gar nicht, mit wem ich alles sammeln sollte. Würde ich fast mal schauen bezüglich Wikinger, ob wir da nicht was bauen können. Doch, wir können eine Wikinger Feuerstelle bauen. Und der Platz geht zum Glück nicht irgendwie aus oder so. Nee, nee. Können wir eigentlich irgendwo erweitern? Das muss ich mal ganz kurz abchecken. Wir können hier was wegbauen. Das ist sehr gut. Wegmachen. Das ist ganz wichtig. Können wir jetzt da aber auch das Wikinger Haus platzieren? Das ist die große Frage. Ja, können wir. Perfekt. Die Wikinger Feuerstelle. Dann lassen wir die mal da bauen. Sonst können wir irgendwo erweitern. Du brauchst 52 Wikinger. Nee, können wir nicht. Und wie viel gibt es uns? 25 Wikinger gerade mal. Ja, wie ist es denn mit dem Platz? Also muss ich jetzt echt dann viel in den Hangar reinhauen anscheinend. Holy shit. Ja. Aber auf jeden Fall, Green Death ist da. Ob er jetzt, ja, sich gelohnt hat. Und was ich... Er ist halt... Ich meine, du kriegst den halt einfach nur, wenn du lange spielst. Also ist schon klar, dass er deswegen jetzt nicht von vornherein irgendwie heftige Belohnungen gibt. Ich hoffe jetzt einfach mal auf Dauer, dass sich das Ganze gelohnt hat. Die Arena. So, schauen wir mal. Am Markt. Kann man irgendwas kaufen? Können wir noch einen Regenschneider kaufen. Ich sehe gerade, den kann ich aufleveln. Du für das auch. Zack. Ich weiß nicht, wann ich das bekommen habe, aber ich kann ihn auf jeden Fall aufleveln. Jetzt brauchen wir schon 40, damit wir den aufleveln können. Holy shit. Machen wir noch einen Regenschneider gleich. Also ich bin mit dem Team eigentlich ziemlich zufrieden. Warte mal ganz kurz. Nee. Ich dachte gerade, dass es den Dings... Fruchteinflößenden... Wie heißt der? Nee, flüsternder Tod. Gut, dass der gerade im Markt ist, aber leider nicht. Schauen wir mal, ob wir in der Arena ein bisschen weiterkommen. Level 9 ist natürlich schon gut, glaube ich, jetzt auf Tufeles. Fokussen wir ihn mal runter. Er hat zwar viel Leben, jedoch dem seine krasse Attacke, die möchte ich jetzt hier nicht heraufbeschwören. So, wir sparen ein bisschen mit den Punkten. Ach, das ist schon viel Schaden, schon wieder. Das ist echt schon wieder viel Schaden. Soll ich dem seine Defense jetzt reduzieren oder auch wieder sparen? Ey, 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 jetzt wird es langsam aber echt ekelhaft. Nee, 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 wir müssen es so machen. Gut, dass der flüsternde Tod schon wieder da oben glitcht. Ich will, dass er jetzt dodgt. Na gut, macht er nicht. Komm, du musst ausweichen, sonst bist du tot. Junge. Ich habe gerade echt ein Problem hier. Ich will nur mal sicher gehen. Ich meine, wir haben den First Kill, aber wenn er jetzt nicht ausweicht, ist er eh tot. Ja, okay. Es war aber okay. Er hat eine ganze Ult, also eine kranke Fähigkeit eingesetzt, um ihn zu töten. Also, es ist echt nice, dass der flüsternde Tod da so ein bisschen rumglitscht. Ey, der Schaden hier gerade ist aber insane. Ich hätte eher den linken Damage nerfen sollen. Ich wusste nicht, dass der so viel Schaden macht. Okay, er wird jetzt sterben. Regenschneider, we need you. Erstmal den killen. Add alle Punkte. Ich muss ihm die Fähigkeiten locken. Das ist halt schon eine starke Fähigkeit, weil er kann jetzt immer nur mit seinem Standardangriff angreifen. Und ich kann das jetzt immer wieder machen, heile mich. Und er kann keine Abilities einsetzen. Also, im 1 gegen 1 ist der Regenschneider ja, ja, ne, schon sehr stark. Holy shit. Das ist schon, ich bin ja dumm eigentlich. Egal. Passt. Ich weiß auch gar nicht, es ist Ost-Event-Shot, ne. Ich meine, die Brille kommt, keine Frage. Aber, was macht das überhaupt? Eigentlich den Support-Schlüssel, ne, sollte ich eigentlich raushauen, ne. Wie gesagt. Ich denke, da passiert schon nichts. So. Ich will mich jetzt ein bisschen hoch spielen. Also, 1500 werden wir jetzt nicht in dem Video schaffen. Aber ein paar Wins sollten schon drin sein. Und fürs nächste Mal dann auf jeden Fall die Quests einmal abschließen, damit wir ein paar neue, freshe bekommen. Nicht diese ekelhaften Farm-Quests immer, ne. Ich finde es immer ganz schön, wenn man erst die Quests macht. Oder wenn man die Quests dann hat. Die auch wirklich für Fortschritt sorgen, ne. Fleischklopps wird dann und dann eher. Wir locken ihn mal. Vielleicht macht er mit ihm nämlich eine Fähigkeit. Ja, mit Fleischklopps klappt er nämlich normal an. Muss er mit ihm jetzt nämlich auch. Und jetzt können wir ihn. Okay, wir können ihn leider nicht töten. Ich dachte jetzt, ich könnte ihn töten. Habe ihn outplayed oder so. Aber leider nicht. Jetzt locken wir ihn wieder, weil er macht am meisten. Ausgewichen? Also das ist halt insane. Wenn eine Kreatur ausweicht, ist der ganze Effekt auch weg. Also wenn du so drüber nachdenkst, das ist eigentlich schon insane. Wir müssen ihn halt eigentlich runterfokussen. Weil das Viech da, der, 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 macht ja nix, ne. Der macht ein bisschen Schaden, aber hauptsächlich ein Healer, ne. So. Machen wir das jetzt die ganze Zeit. Tot ist er. Also wenn Regenschneider noch am Leben ist, ey. Das ist... Eigentlich ist es insane. Eigentlich ist es insane. Ja, der kann uns eh nicht töten. Was soll er tun? Ja, kann am Standardangriff ein bisschen Schaden machen. Das war's. So. Nicer Kampf. Gibt's nicht viel zu sagen gerade. Bisher sind die Drachen, die wir gerade zum Glück haben, relativ okay. Gut. Gut dabei. Ab einem gewissen Moment wird's wahrscheinlich wieder so sein, dass die Irina mir eh den Mittelfinger zeigt. Und dann brauche ich dreimal so starke Viecher. Aber aktuell läuft's noch, zum Glück. Was mich interessieren würde, das hätte ich vielleicht am Anfang des Videos nennen sollen, weil dann hätte ich auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Vielleicht Leute, die jetzt noch gucken. Soll ich mir eigentlich auch diesen Kurzfilm da anschauen? Also ich bin jetzt... Ich will... Ich hab ja schon mal gesagt, die Serie und so möchte ich mir jetzt nicht angucken. Ich bin generell nicht so ein Seriengucker. Und das ist einfach so viel, was ich mir da reinpfeifen müsste. Ich möchte eigentlich immer nur so Filme schauen. Und ich finde Filme einfach irgendwie insgesamt schöner. Da bin ich einfach so ein bisschen. Und das ist ja auch dann so ein Kurzfilm, der anscheinend nach dem dritten Teil spielt. Da gibt's irgendwie so einen Film, wo dann die Drachen kurz zurückkehren. Ist der irgendwie inhaltlich, sag ich jetzt mal, okay? Also wieso greife ich eigentlich gerade Fleischtops als erstes an? Ich bin so ein Idiot. Ähm, also lohnt sich der zu gucken oder eher nicht? Also das würde mich einfach mal so interessieren. Also ohne zu spoilern jetzt natürlich. Ob der sich dann lohnen würde oder nicht. Denn wenn, würde ich mir den vielleicht mal angucken. Also Serien, so ich weiß, mit der Serie... Ach, ich hab... Ich hab grad verkackt. Mit der Serie würde man natürlich schon noch viele Infos bekommen. Aber so ein krasser Dragons-Fan bin ich da jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich feiere den ersten Film wahnsinnig. Also ich finde den super gut gemacht. Ich finde den dritten Teil auch wieder ganz gut. Aber generell bin ich einfach nur ein Fan dieses Films. Und jetzt nicht so ein krasser Lore-Fan, dass ich sage, ich muss diese Lore hier einfach miterleben. Oder möchte die ganze Lore oder den ganzen, wie sagt man, die ganze Story hinter dem Zeug hier krank verstehen. So krass bin ich jetzt auch nicht dahinter. Es geht mir eher darum, dass ich diesen Film halt super fand. Also der wird uns easy killen. Das ist halt wirklich insane. Ich hab verkackt mit den Punkten. Ja, der wird uns jetzt gleich easy töten. Ey, das ist so insane. Dieses Feuer, ich weiß nicht. Das ist einfach insane. Das ist insane viel Schaden. Also du musst dieses Viech eigentlich immer zuerst töten. Und der ist auch tanky as fuck. Der hält so viel aus. Holy shit. Das ist die Taktik da, die ich da gerade nicht, äh... Sag ich jetzt mal angegangen, range... Nichts gemacht hab, ne? Wo ich nicht... Bin ich nicht richtig dran rangegangen, weil ich müsste ihn eigentlich zuerst attackieren. Sag mal, wieso lähten das Spiel heute so lange? Hat Lydia Probleme mit den Servern? So, einen Kampf möchte ich schon noch machen, weil... Mit einer Niederlage hören wir nicht auf. Ich weiß auch nicht, ob ich den Flüstern tot vielleicht auswechseln sollte, weil der ist halt... Nicht mehr so gut dabei jetzt, ne? Der ist vom Level niedrig. Der ist einfach nur zum schnell attackieren da, aber... Ja, das war's auch. Auf jeden Fall Tuflis, würde ich sagen. Machen wir den weg, bevor der noch abfuckt. Beide weichen aus, beide weichen so aus. Wenn, dann locken wir ihn. Erstens heilen wir uns, zweitens ist es viel Schaden, drittens... Okay, er ist eh tot. Ne, aber ich meinte eigentlich, weil... Mit ihm wird er schon keine Special Ability ansetzen. Hat er jetzt doch gemacht. Na gut. Passiert. So machen wir das jetzt. Eigentlich spielt man immer auf... Also, so würde ich es bin zumindest behaupten. Ich spiele mit dem Team eigentlich immer mit der Special Ability von dem Regenschneider. Die ist halt einfach insane stark. Ich fühle, dass der Tod wird sterben. So, jetzt einen buffen. Ich buff ihn mal. Ich habe es noch nie wirklich gemacht. Ich möchte einfach mal gucken, wie das so ist. Vor allem, weil ich den Angriff jetzt... Lol. Holy shit. Ist echt nicht schlecht. Wie viel mehr... Also, man sieht halt leider nicht prozentual, wie viel mehr Schaden das ist. Aber... Das war schon nicht... Nicht wenig. Oh, jetzt greift er einfach random an, ne? Äh, war ich doch noch aus. Ey, das ist nicht schlecht. Na gut. Im Vergleich, Tuflis macht mit seinem Angriff fast genauso viel Schaden ohne Damage-Buff, aber... Not bad, not bad. Also, das kann sich schon lohnen, wenn man ihn opfert und weiß, dass er dann den Special Attack danach einsetzen kann. Kann sich schon lohnen. Gut. Aber ihr merkt gerade selber, bei Rise of Burg, ich muss einfach gerade farmen. Also, einfach quasi das Early Game durchgehen. Ich kann da jetzt gerade sonst nicht groß irgendwie was zeigen. Ich sag's weiterhin, wie es ist gerade. The Game hat gerade Priorität, weil viel kommt und es einfach mein Hauptspiel ist. Trotzdem... Wartet mal ganz kurz, haben wir jetzt diesen Drachen eigentlich... Warte mal, wir haben doch... Genau, Hakenzahn haben wir ja eigentlich an sich. Ach, der ist von Anfang an Rang 9. Holy shit. Soll ich den auch mal mitnehmen? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Also unterscheidet er sich doch nochmal von Tuflis, weil Tuflis relativ früh zu bekommen ist. Und auch Fleischklops. Also, Gold ist nicht gleich gleich. Das ist krass. Gut zu wissen. Wahrscheinlich pro Arena werden die Drachen dann immer stärker, obwohl sie die, Anführungsstrichen, gleiche Seltenheit haben. Na gut. Und auf alle Fälle, schreibt mir gerne trotzdem, was ich tun soll zukünftig, was ich nicht alles besser machen soll und was weiß ich. Ihr wisst es. Trotzdem, The Game hat gerade Priorität. Wenn da was kommt, werde ich das eher bringen als Rise of Burg. Aber trotzdem ist es ein Spiel, was ich weiterhin noch spiele. So ist es ja nicht. Es ist halt einfach nur, dass gerade das andere Spiel irgendwo Priorität hat. So müsst ihr es halt sehen. Ich habe ja Rise of Burg angefangen hauptsächlich aus dem Grund, weil The Game nicht mehr viel hergebracht hat und ich ja live nicht mehr spielen wollte. Ich wollte aber trotzdem ein zweites Projekt, was Neues mal da haben und vor allem, weil der erste Teil mich so geflasht hat, weil mich der Film einfach gefallen hat und weil er mir sehr gefallen hat. Genau. Also, darauf jetzt bezogen. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge so weit gefallen. Schreibt mir gerne eben, was ihr von der Folge gehalten habt. Alles in die Kommentare. Fazit. You know. Das war ich dann Marcel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.